Nach Schattenburg an dieser Stelle müssen wir noch einmal formell werden. Ich weiß nicht, ob ihr es an der Hütte bekriegt habt, es gab ja diese große Datenschutzverordnung, die da eingeführt wurde. Parallel wurde auch eine Rock'n'Roll-Schutzverordnung eingeführt. Die verpflichtet uns, alle 90 Minuten nachzufragen. Habt ihr Bock auf Rock'n'Roll! Die Verpflichtung von Rock'n'Roll-Schutzverordnung 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 Mein Gott, der Mensch, der Mensch war. Die Musik von Stefano Elbis. So, ihr habt gerade das rote Piano gesehen. Auch das hat natürlich, wir haben gesagt, das ist schon von ganz Anfang an mit dabei. Und jetzt erzählen wir die Geschichte, wie wir das Piano das allererste Mal kennengelernt haben. Da war es nämlich noch ganz, 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 ganz klein. So, und jetzt wieder heute. Also, als das Piano das erste Mal unser Augenlicht traf, waren wir in einer Rock'n'Roll-Kennaltung. Und es sah ganz traurig aus und wir wollten wissen, hey, Piano, warum bist du so traurig? Und dann hat das Piano gesagt, ich will ein Rock'n'Roll-Piano sein. Dann haben wir gesagt, das ist schon genau richtig. Aber um diese Geschichte jetzt original, quasi nachzuzählen, gibt es hier heute Abend jemanden im Publikum, der tatsächlich ein bisschen Klavier spielen kann? Ja. Du? Kannst du? Ja. Wir erwarten große Stücke von dir. Komm mal auf die Bühne. Okay, hat er gesagt. Okay. Ach so, der Hüfte war hier auf die Bühne. So, ich hab keine Ahnung, pass auf. Darius. Darius. Du heißt Darius. Das ist Darius. Darius setzt die Frage ins Klavierbrille. So, Darius. Wir spielen gerade an Blues in A. Das sagt dir was, oder? So. Genau. Das ist ein A. Sehr gut. Darius. Deine Aufgabe ist jetzt das erste Solo, was dieses Rock'n'Roll-Piano jemals gespielt hat, nachzuspielen. Ja? Das heißt, du kannst entweder achten auf den A's spielen. 16. 32. 64. Oder 128. Jeder Wiener, der Wiener, der Wiener. Ja? Aber Darius, wir können dir jetzt schon mal verraten, du kannst jetzt hier das perfekte, virtuose Solo abliefern und Aschaffenburg wird feiern. Aber du kannst auch einfach komplett abspacken und Aschaffenburg wird dich noch mehr feiern. Ja? Aber Darius, egal was du an Körperteilen, Exterminitäten und Zubehör heute an dir dran hast, spiel damit mit dem Piano, ja? Hau deinen Kopf auf den Tag, deine Finger, deine Schuhe, ist uns ganz egal. Wir haben so viel Geld, wir kaufen uns morgen heute. Bist du bereit, Darius? Seid ihr bereit, man? Aschaffenburg, bereit für Darius? 5, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 18, 20, 14, 18, 31, 22, 26, 21, 25, 16, 18, 20, 25, 26, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.